Den nächsten Teil dieser Serie mit dem Titel Das Unwetter seht ihr am kommenden Sonntag um 14.20 Uhr. Verehrte Zuschauer, zum heutigen 80. Geburtstag des Schauspielers Heims Ruhmann zeigen wir Ihnen jetzt einen seiner frühesten heitleren Filme, den 1931 entstandenen Stolz der dritten Kompanie. Diese in schwarz-weiß gedrehte deftige Satire auf dem Kommissbetrieb hat bis heute trotz einiger altersbedienter Unzulänglichkeiten in Bild und Ton nichts von ihrem Witz verloren. Der Stolz der dritten Kompanie wurde wegen seiner Veralberung des Uniformkults nach 1933 verboten. Neben Heinz Ruhmann sehen Sie in weiteren Rollen Adolf Wohlbrück, Fritz Kampers, Victor de Kober und Rudolf Platte.